Also ich bin definitiv froh, dass ich erleben kann, wie es ist, mitzugestalten. Und dass es auch nicht nur bedeutet, du machst irgendwo dein Kreuz in einem Waldzettel oder du lässt es, sondern dass du sagst, es ist eben auch die kleine Geste in meiner Straße. Es ist irgendwie dieses Sehen des Anderen. Das ist eine Gesellschaft, in der du mitreden kannst. Es ist ein ganz hohes Gut und das müssen wir auch den Kindern mitgeben, weil gerade die Kinder das jetzt hier lernen, sich einzubringen. Und das, finde ich, ist unsere Verantwortung, wenn wir selber die Chance dazu haben. Also wir zwei, also Ari und ich, sind nicht nur verheiratet. Wir haben auch, bevor wir geheiratet haben, relativ lange schon an Ideen von Gemeinschaft und auch künstlerischen Sachen gearbeitet. Ich glaube, das funktioniert ziemlich gut, weil wir Freunde sind. Also wir haben so eine gemeinsame Idee auch von einem Leben, von einem guten Leben. Ich war selber gar nicht in Barcelona, um mir dieses Superblocks-Konzept anzugucken, sondern ich habe nur darüber gelesen oder Berichte gesehen darüber. Und zwar ist es halt so eine Art schachbrettartiges Wohngebiet. Also diese Plöcke halt, diese Wohnplöcke in Barcelona, die dann verkehrsberuhigt wurden. Und es entstehen nachbarschaftliche Räume, in denen dann Kinder spielen können oder Sitzmöglichkeiten geschaffen wurden, Fahrradstraßen. Wie kriegt man es hin, dass Stadtgesellschaft, Stadtverwaltung, Politik konstruktiv an diesen Themen arbeiten und eigentlich einen größeren Beteiligungsrahmen für alle schaffen können? Du hast halt entweder eine Stadt, die was will oder du hast Bürger, die was wollen. Wir wollen, dass hier in dem Viertel was passiert, was positiv ist und haben dann wirklich so alle an diesen Tisch geholt. Der Superblocks-EV hat Erfahrung gesammelt durch verschiedene Veranstaltungen, wo es halt wirklich auch darum ging, das Thema zu setzen und auch eine Idee für öffentlichen Raum zu schaffen. Wir haben Aktionstage gemacht, wir haben dann Experimentier-Workshops gemacht, wir haben Kundgebung gemacht, haben Befragung gemacht, haben auch kulturelle Sachen gemacht. Da hat man eine kleine Band gespielt, dann war mal ein Bastel-Workshop. Ziel war immer, die Menschen, die da wohnen, einzuladen, sich zu informieren und ganz besonders halt auch den Kindern klarzumachen, die Straße funktioniert auch ohne Autos. Die Nachbarschaft hier, die kennt mich. Es sind Frauen, die kommen auf mich zu und sagen, wir vertrauen dir, du bist zu unseren Kindern immer gut gewesen. Es ist für mich sehr wichtig, in diesem Projekt hier teilzunehmen, weil ich ein Kind der Diktatur bin. Alles war verboten. Ich kann entfalten alles, was noch drinnen von mir geblieben ist, weil ich hier die Möglichkeit habe, zu sagen, ja, ich möchte, dass diese Straße für meine Enkelkinder jetzt frei wird. Jedes Gespräch auf der Straße, in diesem 60 Meter Testgebiet, 60 Meter, fördert die Auseinandersetzung mit dem, was in dieser Stadt entschieden wird, mit dem, was in diesem Staat entschieden wird und es stärkt die Menschen dabei, zuzuhören. Ich bin mega stolz auf meine Familie. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich irgendwann mal so stolz auf etwas sein kann, was ich mache. Wenn wir das nicht schaffen, den jungen Leuten jetzt mitzugeben, dass eine andere Stadt möglich ist, dann vertun wir als Erwachsene uns eine enorme Chance darauf, dass die nächste Generation es besser machen kann. Und da kommt ganz viel an, würde ich sagen. Also die Kinder, für die ist das jetzt eine andere Welt geworden, nur weil so ein verkehrsberuhigter Bereich eingerichtet wurde.